Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie das Jazz-Repertoire heute aussehen würde, wenn bekannte Musiker wie Louis Armstrong oder Charlie Parker Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi, Franz Lehar oder Ennio Morricone für ihre Improvisation ausgewählt hätten? Eine vielschichtige und vielleicht auch neue Antwort auf diese Frage geben Ihnen The Three Wise Men mit ihrem neuen Projekt, dem European Songbook. Bandleader und Keeper of the Flame ist Frank-Rupert Schreuthen aus den Niederlanden. Er zählt zu den höchst profilierten europäischen Jazz-Saxophonisten. Das Herz des Trios ist der aus Mailand stammende und in New York lebende Piano-Virtuose Rossano Sportiello. Die New York Times schrieb über ihn, er sei der beste Import aus Italien seit dem Barolo. Martin Breinschmid aus Wien, Swing-Drummer per excellence, liefert nicht weniger Virtuos das rhythmische Fundament, auf dem sich das Trio bewegt. Ihr fast telepathisches Zusammenspiel und ihre gemeinsame musikalische Sprache des klassischen Swing machen ihr neues Projekt zu einer inspirierenden Erfahrung des heutigen Jazz. Freuen Sie sich also auf Three Wise Men und das European Songbook. Das Zentrum ist auf die Mitteilung und die erste Zeit langs des歌 500-State-State-State-State-State-State-State-State-State-State-State. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018